Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserem wunderschönen King of the Ring Tournament hier bei WWE 2K16. Ich bin euer lieber, guter Onkel und der scheiß Rivalos Oterbay. Alter, wat? Genau, nee, ja, lieber Rivalos Armstadt, so, klingt vielleicht schöner, ne? Ja, ja. Und du bist links, mein lieber Freund, und du bist Ken Shamrock. Aha. Weil ich darf jetzt auswählen zwischen zwei und du, ich möchte gerne Ken Shamrock abgeben. Ja. Jetzt ist ein Fragezeichen über den Kopf bestimmt, warum gerade Ken Shamrock abgeben, weil mit dem war es doch ziemlich gut und zwar, ähm, deswegen. Ja, da wäre die Wahl mir aber auch nicht schwer gefallen, mein Freund. Ja, aber ich werde dich jetzt mit deinen eigenen Waffen schlagen. Wieso, hast du einen Superkick? Was? Hast du einen Superkick? 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 Ja, ich habe einen Superkick. Superkick? Superkick, ich habe Handschuhe an, ja. Superkick? Und ich bin ein Tier. Hast du einen Superkick? Ein Animal. Superkick? King of the Ring 99, ja, sowas. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe, ich gewinne. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe einen Superkick? Ich weiß, der Shawn Michaels, ich weiß es nicht warum, der Shawn Michaels ist übermenschlich. Der ist irgendwie, der ist drauf. Ha, du hast schon wieder gesehen? Du hast schon wieder gesehen! Ich habe schon wieder gesehen. Ich habe schon wieder gesehen. Boah, du Homo! Ich muss anders spielen. Ich muss diesen hässlichen Shawn Michaels kaputt machen. Ach, er kontert. Das heißt nicht, dass du mich gleich betrügen musst! Ich muss es echt werden! Es geht auch weiter, siehst du? Ja, du... Es geht weiter. Das war nur ein kurzes, kurzes Technelmächtel. Nee! Was? Doch, gut. Alter! Alter Schwede! Das Geld, das du kannst, kann ich nicht! Ja, hoffe doch! Er konnte halt natürlich wieder. Er hat mir die Füße geklaut! Nein! Hauch mit dir! Hauch mit dir! Hauch mit dir! Guck mal, der hat schon 50 Prozent, ey, für ein bisschen rumgefummelt. Der Shawn Michaels ist ein Gott! Das ist kein Mensch! Der lädt, der lädt sich sofort auf! Ja! Aber du... Ich hab trotzdem Angst vor dir. Uh! Nein! Wieso? Wieso hab ich immer so ein Glück? Wieso? Aber du bist auch schon... Hast auch keine Energie mehr. Okay, das ist ja wenigstens mal gleichberechtigt. Aber du hast schon 70... 80 Prozent, ey! Alter Falter! Ich bin sicher! Ich kann nichts machen, kein Block. Ich bin nicht der Ritter in den Block. der Ritter in den WDWA. Aua! Aua! Boah! Ha! Überraschung! Ach, du konntest! Überraschung! Überraschung musst du sagen, bitte! Hab ich doch! Das bist du... Das bist du... Ach, komm schon! Ich hab doch... Och, ich bin doch gelaufen! Das Laufen zählt in der Welt nicht. Oh, ich bin gelaufen! Oh, ich bin gelaufen! Das Laufen! Oh, ich hab Angst vor Shawn Michaels! Und das weiß er auch! Der springt die ganze Zeit! Merkt ihr das, liebe Freunde? Das ist voll der Flying Hot Dog Man! Das ist voll der Flying Hot Dog Man! Das ist voll der Flying Hot Dog Man! Bleib doch mal liegen! Nein! Doch! Ich drück und er sagt mir zu spät, der verarscht mich! Und jetzt! Pock! Ja! Ja! Shit! Ah, fuck! Ah, merkt ihr das, liebe Freunde? Das tut so gut! Aber ich hab echt einen Scheiß hier mit diesem Ken Shamrock, weil das Problem bei mir ist, dass ich diesen Scheiß, äh, Aufgabegriff machen muss und da bin ich überhaupt nicht der Profi drin! Und er kommt natürlich raus! Oh, wir reden ja von Shawn Michaels, ne? Ah! Fischisch! Na klar! So macht man das heutzutage! Oh, ich darf mal einen Move machen, ist das herrlich! Wow, 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 wow! Meiner tanzt nur ein bisschen! Geil, cool, korrekt! Geil, geil, cool, korrekt! Ich hab einen Move geschafft, bei dem! Ach, er kommt natürlich wieder raus! Oh, fucking! Du hast ein F, ey! Ich hab echt große Angst vor dir! Ja, ich auch! Oh! Ja, er hat kein Dings! Oh, ist das gut! Krass, er hat zwar kein Konter mehr, aber er ist trotzdem immer noch übelst gefährlich, der Junge, weil er hat immer noch ein F am Start! Und ich hab, ja, was hab ich denn am Start? Einen Würkelgriff am Nacken! Ey, ich muss meine schweren Geschütze rausholen, ja? Aber zumindest kann ich mich schon mal ein bisschen wehren hier! Denk mal an den guten alten Undertaker, meine lieben Freunde, wer die Matches gesehen hat! Der weiß... Äh, was war das denn? Mein Superkick! Aber da kam kein Blockanzeichen, ey! Ah! Ich bin kein Schemrock, mein Freund! So nicht! So nicht! Ich hab ein Blockless noch rausgehauen! Äh, ein Highback! Und äh, aber leider hab ich ihn da gestern! Oh, das war grad ein bisschen arrogant, das geht meistens nach hinten los! Oh! Mein Gesicht tut schon weh! Soll's auch! Ja! Du Animal Man, du! Maa! Kennst du den? Bäm! Das ist der Nackenschmerzer, ist das! Okay, mein Freund! So nicht, mein Freund! So nicht! Das könnte meine Chance sein, meine lieben Freunde! Und zwar, ey, aber ich hab ein Problem mit dem! Der hebt den nicht mehr hoch! Der hebt den nicht hoch! Ich konnte dich nicht hochheben, ich versteh's nicht! Also, Jan, was packt hier, mein Freund! Ich kann, ich konnte ihn nicht hochheben! Weil ich wollte nämlich dann so richtig schön, wenn ich dich hochhebe, dir Schmerzen zu fügen! Ah, er kommt natürlich raus! Ja, sicher! Ja, klar! Ach, komm schon! Es gibt's nicht! Es gibt's nicht! Es kann nicht blocken bei ihm! Ich kann nicht blocken! Mann! Das war ja so schön gewesen vorhin! Nein! Er will den ja nicht hochheben! Warum auch, ne? Alter! Was ist das denn? Keine Ahnung! Ich sag ja, die Moves hier, mysteriös! Und er kommt raus, oder? Ja! Alter! Na, endlich! Na, endlich! Scheiße, 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 Scheiße! Stay down, stay down! Oder was auch immer du stay down heißt! Nein! Ach, Mann! Ach, Mann! Ach, Mann! Mann, Mann! Hey, das ist wahnsinnig cool! Komm, einmal kann ich nur ach, Mann! Hey, du! Ah, fuck! JAHU! Ach, Mann, ey! So eine dämliche Scheiße, ey! Ja, genau! Er macht wieder den Abschrabscher! Abschrabscher! Ich muss schon was machen! Ich war da auch noch drauf! Verdammt! Ich nimm das mal so hin! Mach ich mal! Ja, gut, dass du jetzt so lange wartest, hast du schon! Ja, ich hab keine Energie! Ich konnte den S nicht machen! Es ging nicht, mein Freund! Es ging einfach nicht! Aber jetzt... Boah! Oh, fuck! Ja! Ah, Scheiße! Jujujuj! Ist schon ein böses Gefühl, dem Scheißaufgabegriff! Ja, aber es wird... eh... wird bei jedem Mal übler! Ist schon ein ganz böses Gefühl, dem Scheißaufgabegriff! Oh! Na, ja! Meine Energie und du hast immer noch einen Fisch am Start. Und das gefällt mir alles nicht so. Nein, ich habe nur gedrückt. Du Bissar, nein. Eins. Zwei. Nein, ja. Scheiße. Aber das ist das. Der ist so glücklich. Das war so klein. Kommen wir nicht raus. Und scheiße. Aber das war schon ein bisschen härteres Kaliber. Steht im Finale, meine lieben Freunde. Ja. Ich sage ja, ich glaube, mein Traummatch weiß ich schon, wie es wird. Ich hoffe es wird. Geil, oh Mann. Das war jetzt wirklich hartes Geknabber gerade für mich, muss ich sagen. Das war ein hartes Match, ja. Ich habe jetzt schon echt, wo ich dann im Aufgabegriff war, ich dachte jetzt war es, weil ich bin ja auch nicht so konform da drin, so übelst super, klasse, in den scheiß Aufgabegriffen. Aber gut, meine lieben Freunde, da würde ich sagen, ich war dran. Ja, du sagst ja nichts. Ja, ich würde sagen, liebe Freunde, ihr habt es gesehen, ich bin gerade echt geflasht, aber der Schermain-Käste ist schon gut, das muss ich sagen. Er ist echt Hammer. Und ich freue mich auf den nächsten Kampf und ja, zwei Kämpfe noch bis zum Finale. Nee, einen Kampf noch bis zum Finale. Ja, ich meine einen Kampf und dann kommt das Finale und dann wird es Hardcore. Okay, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis morgen, genau. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal morgen. Tschüss.